hallo liebe leute und willkommen zurück zur gengien impact und zu einem neuen alten event und zwar zum hannern 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 nur kien ich glaube ich habe ein bisschen falsch ausgesprochen aber es geht um dieses event nämlich was jetzt am laufen ist ja und dann geht es in die erste runde wollen wir schauen wie ich mich diesmal so anstellen würde dann nämlich da will ich jetzt gleich mal importen und nämlich mal schauen wie es denn so läuft da wollen wir das ganze mal gucken einmal starten bitte jetzt die erste runde so die beiden sind drin in drei tagen drei stunden das kann ich meine ich freundlich mal lesen am mutator mal 4 ok dass das dass das dass eine spieler so beginnt zuerst rein das eis elektron so schauen wir mal also nicht drinnen das ausprobieren wenn jemand mal volles eis mit ein bisschen um es mentieren nicht immer hier die zwei mit und fähigkeiten aber anziehen also 20 sekunden so dann team 2 dann immer dann mal kommen die kombi schutzfunktion habe ich nicht einen tag und wenn man den angriff und eben einfach mal irgendwas rein jetzt hier also das zweite team auch wir freuen aber diese mit dem wasser an drin wo ist er denn da ist er so für sich schaden lösen wenn man das zwei tun dann in der übrigen so da gern den nächsten team Elektro kann man nicht so gut reinnehmen mit dem Elektroschild ist ein bisschen blöd. Wollen wir doch mit reinnehmen. Ach komm, ich probiere es mal aus mit der Kombi, so dann nehmen wir natürlich ein Elektro rein, so muss schon das fünfte Team nehmen, aber der macht keinen Schaden. Ähm, ja, die hat glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich diese Ausgröße noch mal mit rein Dann Gehe, Feuer und Gehe, einfach ohne Sinn und Verstand jetzt hier gerade das Ding machen, Alter. Ohne Sinn und Verstand. Ohne Sinn und Verstand. Jetzt wollen wir nicht Wind. Jetzt haben wir hier noch Sprung. Und der Schutzvollstände passt ja gar nicht. So, dann wollen wir das Ganze mal schauen, wie das funktioniert. So, aber ich will den mit Ton machen. Also, dann kommen die Kopfhörer wieder. Wo sie denn? Da, so, so. So, so, so. Oh, klimper, klimper. Zock, zock, zock. Oh, festhaken. Nicht gut. So. Und. Starten. Oh, voll hell hier. Äh, ich lass was drücken, 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 aber nicht. Und los. Und los. Oh. Oh. Das war's für heute. Let's have to do the other. das ist auch nicht geplant das ist auch nicht geplant Ja, das stimmt. Ups! Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020